So, wir fahren heute den Speed One vom TRX4, hat es jetzt momentan in grün, weil ich die Weiße kaufe. Die Weiße kaufe auch noch reparieren zu. 2S So, wir fahren mit der CA6S. Wir stehen die CA6S auf 100%, ich fahre normalerweise immer mit 75%. Dann drücken wir mal. Ich hoffe, man sieht es. Start. Wir sind nicht hinten links auf mein Rad, da ist die Bereifung leicht runtergerutscht, deswegen eiert das extrem. Ihr seht es ja, gell. Noch mal die Bereifung noch mal nachziehen. Jetzt ziehen wir noch einmal durch. Das sieht ja übel aus, das muss ich unbedingt noch machen. So, dann fahren wir mal an. Wir fahren auch 35-Turn-Smallbar, genauso wie im MST. So, schauen wir mal. 9 km. Breite 9 km. Ist doch schon mal gut. Gut, beide 9 km. Hört sich doch ganz gut an. Dann bis demnächst.